Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Never have I ever Wir wollen spielen. Marco Schellibohm, den Gesichtsausdruck hätte er sehen sollen. Was macht der mit mir? Der Spiele funktioniert folgendermassen. Ich stelle eine Frage. Er sagt einfach ja, das habe ich schon mal oder das habe ich noch nie. Den Klassiker der Soccer Lounge, kann ich wieder mal bringen, was eine neue Runde ist. Ich habe schon mal ein Baby, das einfach hässlich aussieht, das gibt es, kann man nichts dafür, ist einfach so, als herzig bezeichnet. Muss man nichts dazu sagen, glaube ich, Dominik. Oder willst du sagen, bei wem man es war? Nein. Ich habe schon mal eine Fleck am Boden mit dem Socken geputzt, anstatt dass ich den Lumpen geholt habe. Doch. Ich habe schon mal absichtlich jemandem eine falsche Telefonnummer gegeben. Nein, falsche Telefonnummer. Schau mal, es ist nicht der Superligspieler oder der Trainer. Es ist der Journalist. Ja, ich habe jetzt weiter zurückgedacht, aber ja, es kann schon sein. Schulzeit. Genau. Dann habe ich dir jetzt noch ein Verhältnis gegeben. Mal, mal, mal. Ich habe schon mal einen FKK-Strand besucht. Hm. Du Mauser, ist dich da wirklich. Komm, in die Sonne. Wenn war es, wo war es? Es ist schon länger her in der Ferien. Es ist alles länger her, merke ich mich. Wie alt bist du gerade? Nein, 29. Kann es etwas? Nein, wir sehen hier viele Sachen, die nicht so schön sind. Aber jetzt kombiniere ich natürlich. Die falsche Nattelnummer ist jemandem gegeben. Genau. Voilà, genau. Hast du mal etwas gestohlen in einem Mannschaftshotel? Also so safe... So safe und so darf man, was hast du mitgenommen? Ja, sei es Schlarbe oder Bauttuchli. So Kleinigkeiten. Oh, schon lange her, oder? Oh, schon lange her. Oh, schon lange her. Du hast schon mal gelockt in den Fernsehsendungen. Ähm... Ja. Noch nie? Ich meine nicht so viel. Aber dazu muss man spielen, aber dazu darf man ganz klar sein.